Ja, meine Freunde, erstmal wunderschön, dass ihr wieder eingestellt habt zum neuen neuen Video hier auf diesem Kanal mit einem Werder-Transfer-Update. Heute sind wir im Gepäck. Wir haben ein paar Namen, vor allen Dingen Marvin Duxch, sehr, sehr interessant. Denkt der BVB an eine Verpflichtung von Marvin Duxch? Da gab es einen Artikel zu. Werden wir gleich drüber sprechen. Dan David Kownazki könnte uns im Winter schon verlassen. Ja, vielleicht nicht ganz so verwunderlich. Kam auch schon mal auf Ursprungsquelle. Damals war die Rheinische Post, jetzt hat 90 Minuten nochmal drüber geschrieben, jetzt hat die Rheinische Post nochmal einen Artikel vor einer Stunde veröffentlicht. Also da wird jetzt wahrscheinlich immer mehr kommen. Sam Stein und auch Nadi, über all die Themen werden wir heute sprechen. Lasst doch gerne schon mal ein Däumchen da oben da, um den Kanal zu unterstützen. Ich glaube, die 300 Likes für die nächsten drei Punkte sind kein Problem. Und dann natürlich gerne eure Meinung zu den einzelnen Themen. Und dann würde ich sagen, wir fangen an mit dem spannendsten Thema. Marvin Duxch, denn das wird wahrscheinlich den einen oder anderen erstmal überraschen. Auf der anderen Seite auch irgendwo vielleicht auch nicht. Erklären wir gleich mal. So, da sehen wir jetzt erstmal hier. Fußball Transfer News, die neuesten Transfergerüchte. Denkt der BVB erneut an Marvin Duxch. Und 90 Minuten bezieht sich hier auf verschiedene Quellen. Und in dem Fall auf Inside FFM. Und den guten Kerl kennen wir auch schon. Den kennen wir auch schon. Der hat damals auch über, ich weiß gar nicht, ob der bei Cater sogar auch einer der Ersten war. Ist auf jeden Fall eine vertrauenswürdige Quelle. Er hat auf jeden Fall auch Jovic als erstes gesagt, bevor der überhaupt in den Medien aufgetaucht ist. Danach haben einzelne Medien auch darüber berichtet gehabt. Ist auf jeden Fall echt eine ganz gute, zuverlässige Quelle. Der gute Kerl Inside Eintracht FFM. Könnt ihr ja gerne mal auschecken, den guten Kerl. Der hat auf jeden Fall geschrieben. Die hässlichen Vögel, vereinte Nationalmannschaft und bald auch im Verein. Fragezeichen. Der BVB denkt über eine Verstärkung der Sturmreihe nach. Da fällt auch erneut der Name von Marvin Duxch. Marvin Duxch ist ja vor allen Dingen ein Spieler, der gerne hinter den Stürmern spielt. Beziehungsweise dem, wo man sich das gut vorstellen kann, dass er auch hinter den Stürmern spielen kann. Der so als spielerischen Part neben einem Stürmer spielt in der Doppelspitze. Mit Völkug ja auch lange gemacht. Und auch er so dafür der Typ, nicht als alleiniges Stürmer. Da kommt natürlich bei mir direkt so ein bisschen im Kopf, wenn Borussia Dortmund 4-2-3-1 spielt. Und auf der Position, wo eigentlich Marco Reus auch ist, der nun mal ja auch nicht jünger wird. Vielleicht könnte eventuell ein Marvin Duxch der perfekte Part hinter Niklas Völkug sein. So als hängende Spitze. Das wäre mit Sicherheit eine Option. Ob Dortmund wirklich darüber nachdenkt, das ist jetzt ein großes Fragezeichen. Aber wir können uns ja mal eine Sache schon mal ganz klar vor Augen führen. Und das ist halt nun mal ein Fakt. Hier sehen wir jetzt nochmal Marvin Duxch auch. Du hast gerade einen Stürmer bei Werder Bremen, der in elf Spielen fünf Tore und vier Vorlagen gemacht hat. Das heißt, 90 Rora in elf Spielen jetzt zur Nationalmannschaft berufen worden ist. Selber in Dortmund geboren, komplette Jugendabteilung durch YouTube, genau, durch Dortmund gelaufen ist. Und auch schon oft gesagt hat, dass es ein Traum von ihm wäre, nochmal zu Dortmund zurückzukehren. Also wenn Dortmund anklanget, ist Duxch sofort dabei. Die Frage ist, ab wann ist Werder dabei? Gibt es nochmal eine Ausziehsklausel? Gibt es die nicht? Aktuell hat der Markt halt von siebeneinhalb Millionen. Ich denke, dass Marvin Duxch, wenn der ein Angebot bekommt, oder Bremen ein Angebot bekommt, von um die zehn Millionen, als Beispiel. So, zehn Millionen Angebot für Duxch. Dann wird Werder wahrscheinlich ja sagen und Duxch wird so oder so ja sagen. Also das muss man ganz klar auch hier betonen. Sollte der BVB wirklich ernst machen, ist Duxch ganz, ganz schnell weg. Auch im Winter sogar vorstellbar, dass sowas passiert. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie das jetzt aussieht. Halea, glaube ich, auch weg im Winter. Also nicht im Winter, sondern Afrika Cup, meine ich zumindest. Und Duxch ist für mich aber auch eher so die Rolle hinterm Sturm. Also rein vom Ding her. Die BVB-Fans, vielleicht sehen es ja ein paar. Könnt ihr mal gerne reinschreiben, was ihr da dazu sagt, ob ihr das sehen würdet. Ich kann dazu nur sagen, hält Duxch seine Scorer-Werte so hoch und wird weiter für die Nationalmannschaft berufen. Ist er mit Sicherheit interessant für den BVB? So und zu Völkung zurück, zu BVB, zu seiner Liebe zurück. Das kann man sich auf jeden Fall sehr, sehr gut vorstellen. Bei einem Marktwert von 7,5 Millionen, auch überschaubar für den BVB. Bin ich sehr gespannt, ob die wirklich ernst machen, ob die wirklich am Ende darüber nachdenken oder sich dieses Gerücht am Ende so verläuft, sage ich mal. Da müssen wir dann mal schauen. So und jetzt gibt es hier eine ganz interessante Seite. Erstmal können wir mal ganz kurz das hier einblenden und zwar David Kownazki hier. So realistisch ist eine Fortuna-Rückkehr von David Kownazki von der Rheinischen Post. Und da kann man mal kurz vorlesen. Er wollte den nächsten Schritt gehen und sich in der Bundesliga etablieren. Deshalb wechselte der Störber im Sommer von Fortuna zu Bremen. Doch dort kommt Kownazki nicht weiter. Nun stehen die Zeichen angeblich schon wieder auf Trennung. So, müsst ihr jetzt hier praktisch machen, um das weiterzulesen. Wir haben aber auch hier am Osterdeich, jetzt glaube ich, könnt ihr es sehen, ne? Am Osterdeich diskutiert man intern über eine Ausleihe von David Kownazki, der bislang nicht wie gewünscht zum Zuge kommt. Und darüber wurde gestern auch schon berichtet. Und ob jetzt zu Düsseldorf wirklich realistisch ist, weiß ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, was die Rheinische Post da geschrieben hat. Aber, ich kann es mir zumindest vorstellen, ob Düsseldorf oder nicht, wird man sehen. Aber dass David Kownazki unzufrieden ist und dass man intern darüber diskutiert, ob eine Laie sinnvoll ist, kann ich absolut verstehen. Also zum einen tauchen ja bei uns auch immer wieder Stürmergerüchte auf, auch gerade Anfang des Jahres ja schon. Also Anfang der Transferphase sozusagen. Ach Quatsch, Anfang, Ende. Wo Völko weg war, kamen ja auch zwei Stürmergerüchte rein. Vielleicht hat Werder da schon auch was in der Pipeline. Ist dann die Frage, ob man das im Winter ziehen würde oder halt eben im Sommer. Aber dass ein David Kownazki besser aufgehoben ist bei einem Klub, wo er dann auch regelmäßig spielt, das heißt ihn auszuleihen, anstatt dass man ihn als Stürmer Nummer 5 alle 10 Spiele mal für zwei Minuten bringt, ist ja wohl klar. Nicht nur, dass er Gehalt kostet, sondern auch eben sein Mehrwert, sein Marktwert geht ja auch runter. Demnach wäre es besser, ihn auszuleihen und er dann vielleicht richtig durchknipst wieder, eine sehr erfolgreiche Rückserie spielt und man dann eben im Sommer guckt, ob er dann bei Bremen sich doch durchbeißt oder eben gegebenenfalls verkauft wird. Aber dass man darüber intern diskutiert und dass das ein Thema ist, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Die Frage ist, womit wir Werder halt gut beraten. Da seid ihr jetzt auch mal so ein bisschen, ja, oder gebe ich euch die Frage gerne mal weiter. Da seid ihr jetzt gefragt, so wollte ich es sagen. Wie würdet ihr mit David Kownazki weitermachen? Seine letzten Chancen hat er so ein bisschen vergeben gehabt bei Werder. Jetzt ist er gerade wirklich ein bisschen völlig außen vor, kam jetzt auch nicht mal rein. Wie seht ihr das? Würdet ihr sagen, nee, egal, wir brauchen ihn als Option oder doch lieber ausleihen, eventuell andere Verstärkungen dann im Winter holen? Ich bin sehr gespannt, was ihr zu sagen habt. Und Jan wurde hier auch noch berichtet, das war ja jetzt hier mal ganz interessant, so. Hier der Niederländer Sam Stein wurde bei der Kaderplansitzung des SV Werder Bremen diskutiert. Der offensive Mittelfeldspieler ist Leistungskräger bei Twente Entschede. Da hat man sich auf die Deichstube berufen, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Will ich aber in diesem Transfer-Update auch gerne nochmal reinnehmen, weil ich ihn auch weiterhin sehr, sehr interessant finde. Es gab so sehr gemischte Gefühle, sag ich mal. Die einen haben ihn mehr gefeiert, die anderen weniger. Es gab übrigens auch ein paar Abonnenten, die aktiv die niederländische Liga verfolgen, was ich sehr spannend fand. Dort haben nämlich auch ein paar gesagt, er ist zwar tempomäßig nicht der Allerbeste, aber eben technisch sehr, sehr stark. Vor allen Dingen als absoluter Ballverteiler auf der 10, sehr, sehr guter, junger Spieler ja auch noch. 22 Jahre ist er, ne? Vorgestern geworden übrigens, vorgestern geworden, 21, 22. 22 ist er jetzt geworden. Er hat Mark von 3 Millionen 12 Spiele gemacht, 8 Tore, eine Vorlage. Das ist auf jeden Fall mal nicht so verkehrt. Und in der UEFA, ich glaube, Conference League, weil er ist das, 4 Spiele gemacht und auch dort zweimal getroffen. Ein Zehner mit den Werten, jung, Niederländer. Niederländer haben wir auch schon gute Erfahrungen gemacht, zwar jetzt nicht auf der 10 oder zumindest kommt mir jetzt gerade keiner an. Gut, Junuzovic ist die Frage, wo du ihn zuordnest, aber hat ja bei uns eher so mehr Achter gespielt. Wobei auch da immer damals so die Hoffnung war, vielleicht wird er irgendwann so komplett... Ach, Junuzovic ist Österreicher, wo bin ich denn gerade? Klaassen wollte ich eigentlich sagen. Klaassen, sorry, ich bin ja voll da. Klaassen haben wir ja auch sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Aber bei Sam Stein hätte ich schon Bock. Also Zehner, allgemein wäre er ja immer direkt hoch im Kurs. Da würde ich mich sowieso direkt schon mal freuen. Bin da direkt schon wieder bei, ist er der Nächste? Ist er wirklich die 10? Und Niederländer hat mir eigentlich auch ganz gute Erfahrungen mitgemacht. Warum also nicht? Finde ich weiterhin sehr interessant. Beobachte weiter und schaue, ob das am Ende dann auch verwirklicht wird. Schauen wir mal. Bei Twente wird übrigens damals auch Marco Arnautovic geholt. Das war ja damals immer... Ich glaube, damals stand dann immer von Inter Mailand gekommen. Aber eigentlich Ursprungsklub war ja Twente. Ich glaube, bei Mailand war er nur ausgeliehen. Irgendwie so war das. Ja, und es gibt auch weiter den Bericht, dass angeblich, da gehen wir jetzt hier auch nochmal drauf, hier die grünen Weißen sollen sich mit Nadi vom bulgarischen Erstligisten einig sein. Im Gespräch ist ein Wechsel im Winter. So, also weiterhin gibt es die Berichte, dass wir uns mit ihm wohl einig sind. Hier gibt es halt mal ein Fragezeichen, einmal 35 Prozent runter. Aber von Werder gibt es da bis jetzt offiziell noch gar nichts. Ist auch weiterhin kein Stammspieler. 14 Einsätze, 35 Prozent Startelfquote, eine Vorlage gemacht. 700.000 Mark wert, defensiver Mittelfeldspieler, kann vielleicht auch Innenverteidiger, kann auf jeden Fall aber auch ZM wohl. Ja, da können wir weiterhin nur ein großes Fragezeichen dran machen, weil man hier halt überhaupt nicht kennt. Vielleicht kennt ihr ihn mehr. Mir sagt er zumindest, oder mir hat er vorher noch nie was gesagt. Aber er wurde halt eben beobachtet bei der U20, ich glaube WM war es jetzt. Und wenn man sich da einen persönlichen Eindruck gemacht hat und man ihn wirklich gut findet und talentiert findet, dann könnte es ja ein interessanter Mann sein. 20 Jahre jung ist er auf jeden Fall. Schauen wir mal, ob wir den im Winter wirklich holen. Und ich sagte jetzt hier in der Länderspielpause, das ist gerade so ein Transfer-Update, kompakt, mal wieder sinnvoll, einmal alles aufzugreifen. Wenn neue Gerüchte kommen oder wenn allgemein was Neues, transfertechnisch kommt, melde ich mich natürlich auch wieder. Ihr könnt wie gesagt gerne eure Meinung zu den einzelnen Themen unten reinschreiben. Lasst gerne einen Daumen hoch oben da, lasst gerne ein Abo da, wenn ihr mögt. Und dann würde ich sagen, sind wir jetzt erstmal raus. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Wochenstart weiterhin. Bis dahin, euer Niko und ciao.